Sebastian, hi. Wie heute? Heute live? 16? Oh, das muss ich weitergeben. Ciao. Ich muss auflegen. Ciao. Leute, heute wird die DDS-Kart 16 online gestellt. Wisst ihr was? Ich zeige euch einfach direkt ein paar Highlights. Bleibt dran. Hier seht ihr die Startseite. Das ist der Bereich, wo ihr Projekte anlegen oder auswählen könnt. Einmal das Arbeitsverzeichnis und die zuletzt verwendeten Projekte. Hier könnt ihr der Ordner aktuelles Arbeitsverzeichnis, wird hier oben aufgelistet unter Neues Projekt. Da könnt ihr andere Verzeichnisse auswählen oder Neue anlegen, wie ihr wollt. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr die zuletzt verwendeten Projekte durch diesen kleinen Nagel, sage ich mal, anwählen könnt und zu den Favoriten übertragen. Ihr habt hier die Möglichkeit, durch einfaches Schieben oder Drag & Drop die Priorität zu verändern. Dann könnt ihr das Hauptprojekt, was ihr bearbeitet, direkt nach oben schieben. Um ein Projekt anzulegen, geben Sie den neuen Projektnamen oben in das Feld ein, direkt unter Neues Projekt eingeben, anlegen, anwählen und schon ist ein neues Projekt angelegt. Vorher können Sie natürlich Ihr Standardgewerk einstellen. Sollten Sie nur ein Gewerk haben, zum Beispiel nur Elektro- oder Sanitärheizung oder Klimalüftung, wählen Sie dieses vorab aus und dann wird es von vornherein vorgeschlagen, wenn Sie das Projekt öffnen. Der Ort, wo wir in dem Projekt navigieren, ist der Projektnavigator. Hier ist euer Standardgewerk schon eingestellt, voreingestellt. In diesem Falle Elektrotechnik, das hatten wir gerade angelegt. Und über das Dropdown-Menü könnt ihr die anderen Gewerke auch noch anwählen. Wenn ihr eine neue Zeichnung anlegen wollt, macht ihr einen Doppelklick drauf oder sagt mit der rechten Maustaste Zeichnung erstellen. Ein weiteres Merkmal ist die Möglichkeit, im Projektmanager direkt die Etagen zu kopieren, in die obere oder in die untere Etage. Dazu werden wir eine neue Präsentation öffnen und gehen in das Projekt DDS-Cut16-Präsentation. Da wechseln wir jetzt rein. Das ist vorab schon angelegt worden. Wir bestätigen es und öffnen dieses. Jetzt wählen wir das Gewerk aus, in diesem Falle Gebäude und zwar die untere Etage, Thema 1 hat man das hier genannt. Wir öffnen nun die Zeichnung, Thema 1 und da sehen wir eine DWG-Zeichnung. Die ist in dieser Ebene angelegt und diese wollen wir jetzt in die nächsthöhere Etage kopieren. Wie machen wir das? Einmal rechte Maustaste auf Thema 1, dann in die obere Etage kopieren. Und der Inhalt dieser Ebene, dieser Etage wird übertragen in die nächste Ebene oder Etage. Jetzt habt ihr die gleichen Informationen auch in der oberen Etage. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit allen anderen Gewerken, ob es Elektro ist, Sanitär, Heizung, Lüftung. Das komplette Geplante wird in die nächste Ebene übertragen. Mit Übergängen und so weiter. Lasst uns jetzt über das neue Drucker-Layout reden. Da klicken Sie auf dieses kleine Icon Drucklayout. Und schon öffnet sich die Voransicht mit Blatt und Titelfeld. Um das Blatt in der Größe zu ändern, gehen Sie auf die drei Punkte und können direkt das neue Format einstellen. Der Vorteil, Sie haben gleich die gesamte Ansicht auf einer Ebene und müssen es nicht einzeln, wie in der älteren Version, zusammenstellen. Wir wählen jetzt hier ein neues Blatt. In diesem Fall ist es ein A2-Blatt, etwas kleiner. Und eben noch das Titelfeld ändern. Auch über diese drei Punkte nehmen wir die etwas schmalere Ausführung. Und dann haben wir das Blatt zusammengestellt. Dieses Drucklayout kann dann auch kopiert werden. Dazu gehen wir wieder auf den Explorer. Wählen Drucklayout an. Sagen kopieren. Und schon haben Sie eine Kopie von diesem Layout, welches Sie vorher angelegt haben. Können in die Gewerke wechseln und dann die Ebenen anwählen. Wir wählen das Drucklayout, in diesem Falle Wohnung 4 an. Kopieren das. Haben ein weiteres Layout angelegt mit dieser Zeichnung. Und können es dann auch entsprechend umbenennen. Gehen in die Eigenschaften. Können auch hier wieder direkt die Blattgröße verändern oder den Namen verändern. Also alles auf einen Blick in einer Übersicht. Sehr komfortabel geworden. Nachdem wir die Drucklayouts nach Bedarf umgenannt haben, haben wir jetzt hier dieses kleine Druck-Icon. Wo es nun möglich ist, mehrere Drucklayouts auf einmal zu drucken. Auch aus mehreren Gewerken. Das heißt, Sie markieren die Dateien. Entweder alle oder einzelne Dateien aus diesem Bereich. Sie könnten alle geöffneten Dateien anwählen. Oder nur die aktiven. Wählen diese aus. In dem Falle vielleicht alle. Und schon wird alles auf einmal gedruckt. Hier erhaltet ihr jetzt eine Liste der ganzen Layouts. Ein weiteres Highlight ist die Erweiterung der externen Formate, die DDS-CAD 16 jetzt importieren kann. Wir haben das erweitert. Wir wechseln zum Projektmanager, um eine Leuchte anzuwählen. Wählen jetzt eine Leuchte aus. Gut, die ist jetzt rechteckig. Kann auch rund sein. Wir könnten jetzt diese Leuchte mit einem neuen Symbol erstellen. Oder ein Symbol aus einer Datei auswählen. Oder wir ersetzen diese Leuchte durch ein BIM-Objekt. Rechte Maustaste hat sich dieses Fenster geöffnet. Wir springen direkt in BIM-Objects. Das ist eine Online-Seite. Und da geben wir jetzt einen Namen eines Leuchtenherstellers ein. Belatrix. Das machen wir gleich mal. Übrigens sehen wir hier IFC, 3DS, RFA, DWG, Objekte, also OBJ und STL. Hervorheben möchte ich in diesem Falle, dass wir auch RFA's einlesen können jetzt mit der Version 16. Das hatten wir vorher nicht. Und nun gehen wir auf Bellatrix. Wählen eine Leuchte aus. Was passiert jetzt? Sie wird direkt geladen bei uns auf den Rechner. Auf Ihren Rechner. Ach, auf Euren Rechner geladen. Und hier sehen wir, es sind nicht viele Informationen vom Hersteller. Aber wir sehen, dass es das Objekt RFA ist. Da klicken wir einmal drauf und schon sehen wir die Draufsicht dieser Leuchte. Hervorzuheben ist, dass die Objekte, die wir über BIM-Objects verknüpfen, dass sie auch elektrische Anschlusspunkte haben. Jetzt einmal die Darstellung in 3D. Die Darstellung flächig. Sie können natürlich auch Farben ändern. In diesem Falle je nachdem, wie Sie es gerendert darstellen wollen. Sie könnten auch eine Leuchtfläche dort hinterlegen. Glaube ich. Können Sie auch. Oder könnt ihr auch. So. Wir speichern das Ganze. Gehen nochmal in unserem Projekt, auf unserer Ebene, auf diese Leuchten. In das gleiche Feld. Und sehen ganz unten, dass die Bellatrix-Leuchte eingefügt ist. Aus BIM-Objects haben wir jetzt ein RFA-Objekt direkt in unserem Modell. Es wurde oft gewünscht, dass die RFA-Objekte eingefügt werden können. Das haben wir jetzt realisiert. So. Hier einmal vier Leuchten abgesetzt. Ja. In 3D dargestellt. Wie gesagt, die Farben können geändert werden, der Darstellung. Und ja, dann haben wir sie. Auch RFA. Nicht nur IFC. Jetzt kommen wir zum Thema Spiegeln. In der DDS-Kat 16 können wir weitere Objekte technisch korrekt spiegeln. Wir markieren den oberen, linkeren Bereich der Installation. Na, hat nicht geklappt. Nochmal das Ganze. Definieren eine Spiegelachse, nachdem wir unter Bearbeiten gewählte Objekte kopieren und spiegeln angewählt haben. Definieren die Achse. Eben den Otto-Modus einschalten. Ja. Und schon ist die ganze Technik nach rechts gespiegelt worden. Die Spiegelung werden wir jetzt nochmal nach unten klappen, sage ich quasi. Also das Ganze nochmal markieren, Spiegelachse wiederholen und die gesamte Technologie der oben beiden Wohnungen in die unteren beiden Wohnungen gespiegelt. Komplett nach unten gespiegelt. Hier mal ein paar Beispiele. Wir haben hier Gitterrinnen, Kabelrinnen. Die markieren wir, sodass wir alles erfasst haben. Definieren die Spiegelachse. Und schon ist alles korrekt technisch gespiegelt. Das gleiche auch mit Leerrohrsystemen. Jetzt aber auch mit den Leerrohrdosen. Das war vorher ein bisschen schwierig, aber die werden jetzt komplett korrekt technisch gespiegelt. Und das gleiche auch mit Unterflurkanälen und den Unterflurdosen, sagt man glaube ich. Verzeihen Sie, wenn ich nicht die richtigen Wörter teilweise habe. Ich bin Techniker Sanitärheizung und Lüftung. Vielleicht ist das eine oder andere ein bisschen anders wiedergegeben von mir. Aber ich denke, Sie verstehen mich schon. Lasst uns jetzt über den Verteilungsmanager sprechen. Hier haben wir schon zwei Verteilungen angelegt. Um links sehen Sie das. Und um eine Verteilung zu kopieren, genügt ein Klick mit der rechten Maustaste. Oder wenn Sie es angeklickt haben, sagen Sie duplizieren. Und schon ist eine Kopie des Verteilers angelegt worden. Um eine Verteilung abzusetzen, braucht ihr diese nur mit der linken Maustaste in die Zeichnung ziehen. Einfach mit Drag & Drop. Sehen Sie das? Da wir aber schon eine Verteilung haben, werden wir die mal kurz wieder löschen. Sie erscheint oben links direkt. Wirklich faszinierend finde ich die Funktion, dass Sie die Verteilung mit Drag & Drop verknüpfen können. Also ein Verteilungsnetz aufbauen können. Das funktioniert so nicht. Dazu musst du erst die Zuleitung zu den Unterverteilungen anzeigen. Denn eine Unterverteilung lässt sich nur zu einer Hauptverteilung verknüpfen, wenn da auch die Zuleitung zu dieser Unterverteilung ist. Das haben wir jetzt mal gemacht. Bedeutet also, über Drag & Drop bekommen Sie die Verknüpfung. Sofern halt die Zuleitungen angelegt worden sind. Jetzt ziehen wir mal die obere Verteilung auf die Zuleitung des Verteilers. Na, wie heißt er? Ist ein bisschen klein. Und schon haben Sie das Ganze, die ganze Netzstruktur hier auch oben dargestellt. Zusätzlich können Sie jetzt alle Stromkreise der Verteilungen anzeigen. Und wenn dieser Platz in diesen kleinen Fenstern zu klein wird, dann nutzen Sie natürlich einen zweiten Bildschirm und schieben das mal rüber, damit Sie es besser darstellen können. Zusätzlich haben Sie immer noch die Möglichkeit, die Stromkreisliste anzuzeigen. Das sehen wir jetzt hier unten, wo jeder Stromkreis, ob er schon zugeordnet ist oder nicht, sehen Sie durch den gelben Fall dort, dargestellt wird. In diesem Falle haben wir jetzt einen Stromkreis über Drag & Drop aus der Stromkreisliste herausgezogen und die Steckdosen angebunden. Also einfach Drag & Drop raus aus dem Stromkreisfenster und in die Zeichnung. Sie wählen oben einen Verteiler an und dann sehen Sie sämtliche Informationen zu dem Verteiler direkt in den Eigenschaften darunter. Wählen Sie eine Steckdose an in diesem Beispiel. Diese wird gerade mit der Leistung 200 Watt oder Voltampere angegeben. Das können Sie ausschalten, dass Sie also über den Automaten die Leitung dimensionieren und jetzt nicht über die Leistung einer Steckdose. Wenn wir jetzt auf den richtigen Verteiler wechseln oben, ja da ist er, sehen Sie sofort, dass wenn Sie die erhöhte Leistung der 16 Ampere Automatens wählen, dass angezeigt wird, dass die Leitung überlastet ist mit der Leitungslänge. Sie können dann rechts wieder die Leistung ändern und anpassen und dann erkennen Sie sofort, dass dieser Highlight des Stromkreises, also diese gelbe Anzeige, wieder neutralisiert wird und die Leitung nicht überlastet ist. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr jetzt der Steckdose eine Leistung gebt oder die maximale Leistung des Automaten nimmt. Jetzt kommen wir zu den Reporten. Bisher war es nötig, dass Sie in eine andere Ebene wechseln. Jetzt können Sie aus dem Verteiler direkt mit der rechten Maustaste Reporte wählen. Hier die Leitungsberechnung in diesem Beispiel, ja, oder wieder rechte Maustaste. Was haben wir da? Verteiler Dokumentation erstellen. Sie könnten jetzt in die Verteiler, in die einpoligen, allpoligen, also mehrpoligen Stromkreise, Verteileraufbaupläne und, und, und wechseln. Alles aus dieser Ebene mit der rechten Maustaste direkt von dem Verteiler in diese ganze andere Ebene wechseln. Ihr habt somit eine Menge Möglichkeiten. Jetzt wechseln wir zum Thema Kabelverlegesysteme. In diesem Beispiel finden wir den Verteiler, angeschlossen mit einer Kabelleiter oder einer Gitterinne, einigen Leerrohren und einem Brüstungskanal. Gut, die Anbindung geht jetzt bis Mitte des Verteilers und haben so ein bisschen was für einen Verschnitt. Ja, also, und jetzt aufgepasst, wir verschieben den Verteiler, die Systeme laufen mit, alle Systeme laufen mit und entsprechend in der Stückliste werden Minder- und Mehrmengen natürlich auch direkt ausgegeben. Bisher war es nötig, dass Sie ein Verlegesystem an der Verteilung beendet haben und dann ein Kabelstrang definiert werden musste. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Sie können also diesen Verteiler mit Multi-, also mit mehrfachen Anschlüssen anbinden. Es gibt jetzt nicht nur vier, fünf, sechs Anschlüsse, sondern Sie haben die Möglichkeit, das so zu generieren. Jetzt kommen wir zu Rohrleitungen. In diesem Falle haben wir die Kaltwasserleitung, einige an die obere Etage übergeben. Das sehen Sie an diesem Fall. Und wenn Sie dieser Leitung eine Etage höher folgen wollen, das war bisher nur in Elektro möglich in den letzten zwei Jahren, dann sagen Sie einfach rechte Maustaste, obere Etage öffnen und zoomen auf den Etagenübergang. Es wird automatisch die nächste Etage geöffnet. Sie springen genau zu diesem Übergang. Das ist natürlich interessant und wichtig bei großen Projekten. Da ist ja teilweise so viel Technik drin, dass Sie die Anschlüsse kaum erkennen oder finden auf Anhieb. Und das erhöht natürlich Ihre Planungsgeschwindigkeit. Einmal Sicherheit und Geschwindigkeit. Was Sie hier erkennen, ist auch der Rohrdurchmesser, dass er entsprechend passend dargestellt wird. Das bedeutet also, Sie kommen in die nächste Etage. Rohrdurchmesser wird exakt dargestellt. Sie haben das dann die Sicherheit bei der Kollisionsvermeidung. Nun kommen wir nochmal zum Kopieren ganzer Installation in die nächste Etage. Das haben wir hier gemacht. Oder das machen wir jetzt. Wir kopieren also die gesamte Installation in die obere Etage. Akzeptieren die Abfrage. Und finden in der nächsten Etage die komplette Installation, die Sie eine Etage tiefer schon generiert haben. Was natürlich gut ist, sämtliche Anschlüsse werden erkannt und übernommen. Das bedeutet also, das Modell ist korrekt aufgebaut. Das gleiche natürlich in allen Gewerken. Hier haben wir das Beispiel an Lüftungskanälen. Einmal rechteckig ohne Isolierung, rechteckig mit Isolierung und einmal rund mit Isolierung. Kopieren diese Übergänge, die nach unten führen. Das sieht man an der Darstellung. Sehen in der unteren Etage direkt den Durchmesser des Kanales und auch gleichzeitig die Isolierung. Das ist natürlich gut, wenn Sie in engen Bereichen Ihre Verlegungen planen. Zum Beispiel auch in Schächten. Dann sehen Sie auch wirklich, ob das mit der Isolierung auch noch passt. Großer Vorteil für Sie, Kollisionsvermeidung. Und Sie sehen auf einen Blick, ob es passt oder nicht. Hier haben wir einen Übergang. Daran können wir jetzt präsentieren, dass die Parameter, wenn Sie diesen Übergang anwählen, dass diese Parameter rechts direkt live erscheinen. Durch Änderung der Parameter, in diesem Falle unten übrigens in den kleinen Icons, können Sie erkennen, wie die Parameter sich verhalten. Oder worauf Sie zugreifen. Durch Änderung der Eigenschaften, in diesem Falle sagen wir, wir bringen die Reduzierung auf mittig oder unten durchgehend. Das können Sie hier einstellen. Und es wird auch direkt live übersetzt. Das heißt, wir arbeiten ja im 3D-Modell. Wie gesagt, wir arbeiten im 3D-Modell, wo sämtliche Änderungen direkt übernommen werden. Die Parameter, die wir rechts verändern, werden im 3D-Modell direkt übernommen. So erkennen Sie sofort, ob Sie irgendeine Kollision vermeiden müssen oder ob es passt. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß bei den Neuigkeiten und freue mich, von Ihnen zu hören. Wollt Ihr mehr über dds-card-16 erfahren oder eine Live-Präsentation mit mir oder meinen Kolleginnen und Kollegen, dann besucht uns einfach auf unserer Seite www.dds-cad.de Dort findet Ihr weitere Informationen, die Ihr braucht. Und ich hoffe, es hat Euch gefallen und ich sage dann, wir sehen uns. Euer Gunnar Froth